Wir haben hier den Sicherheitsleaderscanner, Microscan3, die neue Scanner-Generation von SICK. Wir haben uns an das Herzen des Scanners herangewagt. Wir haben eine komplett neue Scantechnologie, das Safe HDDM, mit dem wir eine deutlich höhere Zuverlässigkeit gegenüber irgendwelchen optischen Einflüssen erreichen. Unser Ziel war, eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit zu erreichen. Und wie Sie hier sehen können, ist der Microscan auf Erschütterungen, auf Belastungen der Frontscheibe sehr, sehr gut ausgelegt und arbeitet auch unter diesen Bedingungen extrem zuverlässig. Das hier ist ein Beispiel, wo man zeigt, wie kann ich in der Produktion diese Logistik-Applikationen verbessern. Da kommt Material an und es macht seinen Weg durch die Produktion. Ein solcher Sensor, den wir hier zur Verfügung stellen, kann jetzt dieses Material tracken und dabei sagen, wie lange braucht es, von wo nach wo, welche Wege hat es genommen, wo sind möglicherweise Störungen aufgetreten. Und somit kann man diese gemessenen Zeiten dann optimieren und damit die Verbesserung in der Logistik, in der Produktion herbeiführen. Der Nutzen ist, dass Sie Daten, die bisher nicht genutzt wurden, einfach für weitere Erkenntnisse einsetzen. Und wir bei SIG wollen das vor allem rückwärtskompatibel machen, dass Sie Sensoren so einsetzen wie gewohnt und gleichzeitig vorbereitet sind für die neue Datenstruktur. Und das ist dann auch eben ein evolutionärer Einstieg in die Industrie für Familien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.